Auf Befehl des Aufsichtsrats, diese Datei unterliegt der Geheimatungsstufe 4. Sicherheitsfreigabe der Stufe 4 benötigt. Bitte geben Sie Sicherheitsnachweis ein. Sicherheitsfreigabe ausreichend, greife auf der Datei zu. Objektnummer SCP-008, Klassifizierung Euclid. Sicherheitsmastern. Proben von SCP-008 sind biologisch höchst gefährlich und sämtlich zugeschriebene Protokolle sind derzeit aktiv. Wenn politische oder militärische Handlungen zu einem Abriss der Einrichtung, einem Stromausfall oder ausbleibender Kommunikation mit Mitarbeitern oder externen Kanälen während eines Zeitraus von 8 Stunden führen, werden Einärscherungs- und Bestattungsmaßnahmen eingeleitet. Die Quarantänezeiten für Mitarbeiter, die die Anlage verlassen, beträgt 4 Monate. Im Falle eines Ausbruchs sind Einärscherungs- und Bestattungsmaßnahmen durchzuführen. Es sollte für alle G2-Standorte die Anordnung gelten, keine Evakuierungsprozessen vorzubereiten. Beschreibung SCP-008 ist ein komplexes Piron, von welchem Proben in jedem bekannten G2-Standort gelagert sind. Die Erforschung von SCP-008 ist hochgradig geheim und richtet sich primär auf Forschungen zu verhindern, die das Sintensieren von SCP-008 in Ferner Zukunft nach sich ziehen können. Eigenschaften des SCP-008-Symbroms sind 100% ansteckend, 100% tödlich. Übertragung durch ausgesetzte Schleimhäuser und jegliche Körperflüssigkeit, nicht durch Luft- oder Wasserübertragbar. Symptome der Infektion mit SCP-008 manifestieren sich innerhalb von 3 Stunden unter der Camper durch grippeähnliche Symptome mit Fieber und schwerer Demenz im späteren Stadium. Eintreten von Koma, ungefähr 20 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome und 12 Stunden nach dem ersten Anzeichen von Demenz. Eintritt des Komas wird mit Eintritt des Todes gleichgesetzt. Ein Zeitraum von sporadisch Zelltod in ähnlicher Form eines Wundbrandes. Überlebendes Gewebe übernimmt die Funktion und ist höchst widerstandsfähig. Sauerstoffkapazität der roten Blutkörperchen steigt drastisch, was eine langsame und durch Blutung und erhöhte Ausdauer und Stärke der Muskeln bewirkt. Nerven- und Muskelsysteme sind für mehrere Stunden von totalen Organversagen unbeeinflusst. Stark sinkender Metabolismus erlaubt Subjekt 10 Jahre Lebenszeit ohne Ernährung. Stark dickflüssiges Blut bewirkt unbedeutenden Blutverlust bei Verletzung durch Schuss, Stich oder Schnittwaffen. Ausdauer, motorische Kontrolle sowie Instinktverhalten sind bestellig kognitive Lärmprozesse, erfolgen verzögert und erratisch. Tiere erleiden extreme Gehirnkurose und sind inaktiv. Subjekt kann sich in einem gestörten Nervensystem anpassen, ist jedoch eingeschränkt. Auf alle allgemeinen Motorik, wie aufstehen, auf zwei Beine, das Gleichgewicht halten, gehen, beißen, greifen und kriechen. Subjekt bewegt sich energisch auf, gesehene Geräusche und Gerüche zu, die es mit lebenden Menschen in Verbindung bringt. Das Subjekt versuche lebende Menschen zu verschlingen, sobald physischer Kontakt erfolgt. Neutralisierung vollständig infizierter Subjekte erfordert ein erhebliches Schädel-Hirntrauma. Es gibt starke Indizien dafür, dass sich SCP-08 nicht natürlich auf der Erde gebildet hat, da Varianten von ähnlicher Komplexität weite Teile des Ökosystems vertrieben hätten. 1959 wurde infolge der Entdeckung von G2-Stadorten und eine kurze Zusammenarbeit mit der UDSSR verhandelt, die zur Lokalisierung und SCP-108 zu neutralisieren. Der Status von SCP-108 im Besitz von Russland nach Ende der Zusammenarbeit ist unbekannt. Anlag 01 Es wurde entdeckt, dass SCP-500 eine Pille, die jegliche Krankheit heilen kann, dazu in der Lage ist, SCP-008 in fortgeschrittenen Stadien vollständig zu heilen. Es wurde entdeckt, dass SCP-108 in fortgeschrittenen Stadien vollständig zu heilen. Blut